Heute ist Montag, es ist wieder einmal allerhöchste Zeit für die Montagsfrage und die lautet heute, woher nimmt die Merkel eigentlich diese Bombenkondition? Was diese Frau zur Zeit an Programm runterreißt, also da muss ich schon sagen, Hut ab, entweder dahinter steckt die Methode Saddam Hussein, das heißt es gibt diverse Doppelgängerinnen, die je nach Bedarf eingesetzt werden, oder aber die Merkel verfügt über schier übernatürliche Kräfte. Da hetzt sie von einem Gipfel auf den anderen und kaum hat sie auf der anschließenden Pressekonferenz die mageren Ergebnisse schön geredet, hält sie auch schon wieder eine Grundsatzrede auf dem Jahrestreffen der mittelständischen Walzwerkzulieferer, um quasi im gleichen Moment dem Präsidium der CDU vorzusitzen. Angeblich kommt sie ja mit vier Stunden Schlaf pro Tag aus, vier Stunden, die reichen bei den meisten Menschen gerade mal zum Einschlafen und Aufwachen, da kann von erholsamer Tiefschlafphase nicht die Rede sein. Und dann muss sie ja auch noch duschen und sich anziehen und die Frisur richten, aber wahrscheinlich schläft sie im Stehen, dann hat sich das mit der Frisur schon mal erledigt. Aber jetzt mal im Ernst, vier Stunden Schlaf und das bei dem Arbeitspensum, da würde jeder normale Mensch irgendwann ins Wachkoma fallen, wie der Sarkozy, der Nikola, haben sie gesehen, wie der in der vorigen Woche bei einer dieser nächtlichen Pressekonferenzen völlig neben der Spur war. Der Mann konnte sich kaum noch auf den kurzen Beinen halten und was er da so von sich gegeben hat, ist mit unverständlichem Gelalle noch vornehm beschrieben. Ganz anders, die Frau Merkel stand da wie eine Eins, sagen wir, eine anderthalb und überstrahlte das französische Weichei wie die Sonne das Schattengewächs. Und es sind ja nicht nur diese endlosen Gipfeltreffen und Krisenkonferenzen, die einen Kräften zehren, es sind ja auch die Teilnehmer. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste mehrere Stunden mit so einem aufgeblasenen Knallkörper wie Silvio Berlusconi an einem Tisch sitzen, Also ich würde doch schreiend davonlaufen. Oder dieser tragische Grieche, der schöne Georgios. Da hat die allmächtige Troika den griechischen Laden schon längst übernommen, da kommt der Pfiffikos plötzlich mit eigenen Ideen. Und wer muss ihm in stundenlang Gesprächen die Flausen austreiben und ihn zum Rücktritt zwingen? Na die Merkel, weil der Sarkozy längst weggepennt ist. Und schon muss sie wieder nach Berlin, um sich da den Sonntagnachmittag mit ihren bockigen Koalitionspartnern zu verderben. Gestern noch ein Abendessen mit Barack Obama, dem Führer des mächtigsten Landes der Erde, heute schon Kaffee trinken mit Philipp Rösler, dem Vorsitzenden der kleinsten Regierungspartei des Universums. Ja also, da muss man doch irgendwann schlapp machen. Aber von wegen. Die Merkel ist wie der legendäre VW-Käfer. Sie läuft und läuft und läuft. Das einzige Problem, sie weiß nicht wohin. Würde sagen, dumm gelaufen.